So, die erste Runde kann beginnen und fight! Ich liebe dieses Wort. Aber die Fräsen werden ihre Haut nicht einfach verkaufen. Okay, der erste liegt, aber die Waffe mitgenommen, gleich muss ich denen eine neue Waffe holen, bevor er wieder eingreifen kann. Und der nächste liegt. Und Stopp! So schnell ging's. Jawohl, alle Waffe! So, für die Zuschauer, die neu dazugeschlossen sind, gewonnen hat im Prinzip das Team, was am Ende noch steht. Und da liegen schon auch ein paar. Oh, diesmal geht's ganz schnell. Der muss runter, ja genau. Und noch zwei gegen eins, zwei gegen eins. Ja, diesmal sind die Fliesen härter drauf. Ja, zwei gegen eins, ja weiter kann's gehen, oder? Und da ist Ende, jawohl. Jubel für die Dänen.